Hi and welcome to my channel Metal Detecting in Bavaria in the year 2017. My channel is in German and in English and I hope you'll enjoy it like you might have done the last four years. Servus, herzlich willkommen zu meinem Kanal Sondeln in Bayern oder Metal Detecting in Bayern in der Sprache natürlich Englisch und Deutsch. Ich hoffe ihr genießt es so wie ihr es in den letzten vier Jahren genossen habt. Dann schauen wir mal was wir dieses Jahr wieder finden. Danke fürs Zuschauen und bitte vergisst nicht zu abonnieren. And please don't forget to subscribe. So, let's see what we can find. Also lasst uns schauen was wir jetzt finden. im 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Welcome to a quick afternoon hunt before it gets dark in Bavaria. Today nice and sunny but colder so we are down about to zero degrees Celsius again which is about 32 Fahrenheit and yesterday I finished one permission so today I'm going to go to number 14 Alpha which is actually just right there. I don't know if you can see that. That's actually our town where I live and I'm just below and that's all this area right here. So all that, that field, that one and this one is 14 Alpha. Yeah, as I said, welcome to a quick afternoon tour of the early afternoon here in Waltersberg. Yesterday I did the four of them on the wall. Today I'm going to do a test on the 14 Alpha. And Bravo and Charlie are down the bottom here. There are 14 Bravo and Charlie is still here. And then, let's see. Okay, off to the first find. Auf zum ersten Fund. Not wasting time today. Also keine Zeit verlieren. Und der erste Fund. Und der erste Fund. Müll. Beautiful Zeit. Schöne Aussicht. Okay, off to the next. Auf zum nächsten. Looks like an interesting find. That's actually an anchor. Huh. Wouldn't expect that down here would you? In Bavaria. Ja, sieht ganz interessant aus. Ist ein Anker mit Blumen oder Trauben oder irgendwas. Ja, würde man hier unten nicht erwarten in Bayern. Cool. Very nice. Let me clean it up and make another catch. Dann mach ich mal schnell sauber und dann noch ein neues Bild. Very interesting. Sehr interessant. Und der nächste find. Und der nächste find. Und das ist tatsächlich so, wie es wieder die gleiche ist. Der andere find ich gefunden war da. Ich war da. Ich bin da. Ich kam da. Und jetzt habe ich noch ein neues Bild. Hier ist es dieses Stück. Und das ist eigentlich wo sie haben. Hier. Und das ist wo sie waldetre auf der Wand. In der Room. Und du hast du hier in der Wand. Und du hast du hier in der Wand. Und du hast du hier in der Wand. und dann kannst du dich mit dem Wasser glücklich machen, bevor du zu bedenst. Es ist für Weihwasser ein Gefäß. Ich glaube, es ist viel zu... oder Leid, es ist sehr schwer. Und das Gefäß hängt ja normalerweise an der Wand. Und ich schätze mal, das Kreuz eben gerade mit dem Anker gehört zu diesem Teil dazu. So nice. Let me just clean this one up and make another photo. Cool. Sehr schön. Weihwasserbehälter. Okay. Auf zur nächsten. Auf zur nächsten. And a musketball und eine musketenkugel. On the way now to the car as it's getting dark. Und jetzt dann auf dem Weg zum Auto, da es dunkel wird. Nice. Didn't expect they to find this stuff today. So that's always nice. Also ich habe nicht erwartet dieses Zeug heute zu finden. Aber schön. Sehr schön. Okay. Maybe we find something until we get to the car. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden, bevor ich beim Auto bin. So. So. Now it's getting dark. I'm at the car. Quick round up. Jetzt wo ich dann wo es dunkel wird, wenn ich noch schiff beim Auto. Noch eine schnelle Zusammenfassung. Got the belt buckle. Haben wir noch die Gürtelschnelle. The first find that little piece of iron pen. Die kleine Eisennaudel. And now two pieces of iron. Dann haben wir noch, wie gesagt, den Nage. Die zwei Teile Eisenschrott. Dann haben wir noch den Weihwasserbehälter für die Wand. And the musketball. And you can see, actually, that it fits together. And it does go to the bottom. You can see where the brake line is. And I think there's a little stem missing there. And most likely the cross is missing, the other piece right there. And there wird das Kreuz hier auf der Seite noch fehlen. Und dann war das so ein Weihwasserbehälter. Cool. Very nice. Very schön. So. Only about an hours worth of detecting, but beautiful find. No. Obwohl wir nur eine Stunde Zeit hatten, bevor es jetzt dunkel wurde, haben wir ja doch tatsächlich noch was gefunden. Okay. So. Till the next time. As always. You keep smiling. Ja und dann bis zum nächsten Mal. Wie immer. Schönen Nächeln. Bis dann. Bye bye. Goodbye.